Hey Interneton, zurück bei dem Ork, wenn wir Ruckzuck erledigen, sobald ich ungefähr die Idee habe, wie so gut wir erledigen, das zerstören wir alles, Rule No. 1. Das nicht, das nicht, das nicht. Wo rennen die da hinten hin? Keine Ahnung, was machst du jetzt hier oben? B, B, B. X, X, okay. Halleluja. Ah! Halleluja. Wie? Ich hab grad so in Pfad. Ich finde sowas witzig. Unshine it! Verstören! Au! Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Warte, wo ist der Typ in Darks? Und du? Ich glaub, bist du hier... Hier ist noch... X, for me! Okay, das war ein Geheimnis, Geheimnis. Kann ich hier... Tust du was? Nein, ich bin tot. Exzellent. X! B! Verwirr mich nicht! So sieht's nämlich aus. Auf. So, perfekt. Wo hat er sich jetzt hinverpieselt? Wo hat er sich jetzt hinverpieselt? Da wieder hier oben! Kleine... Kleine... Ah! Number two! Number two! Of course! Ich setze dich hier noch immer nicht zu stören. Damm! Hier gibt's Schnitzel. Okay, perfekt. Wir müssen jetzt sicher was behen, oder? Behen? Was macht ihr zwei hier oben? Au, au, au! Kann ich hier rein? Zu tun, das wäre nichts. Immerhin ein Herzchen. Baumaterialien. Noch ein Herzchen. Sieht doch so aus, als würde ich hier hochkommen. Brauch ich dich? Nein, nicht dich! Du bist ein Gager. Du! Lass ich mich beeindrucken hier! Ach, verdammt! Das ist witzig. Ach, hier ist doch was. Hier ist irgendwas. Ah, wer ist der Pflege? Du bist das nicht? Bist du's? Bist du's? Du bist das B. Dickes B, ich sag. Dankeschön. Motor. Perfekt. Au! Okay, dann machen wir hier rauf. Richtig. Richtig. Das ist das. So weit es wird. Zerstören. Hier haben wir noch einen Haken. Den nehmen wir, weil... Ah, nee, ich muss es bauen. Excellent. Tun wir das B. Tun wir das B. Tun wir das B. B! Du hast doch hier ein B! Okay, warte. Ich brauche jemanden, richtig? Double B. Können wir die Plätze auch so tauschen? Shit. Warte. Warte. Komm her. Nein! Aaaaaaah! Nooo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Wann haben wir noch? Du musst dich hier rauf. Rauf dich nicht rauf. Right? Right? Du musst doch hier hoch und B. Oh, nee! Jesus Christ! Wer ist hier BV? Von hier oben? Entschuldigung. Ja, I know. I just did it. What? Einen Augenblick. B. A. Okay, so weit, so gut. Und tot. Excellent! Aaaaaaah! Schon! Gib auf! Du musst doch schon Kopfschmerzen. Au! Haha! Exzellent! Aaaaaah! Aaaah! Buuuuh! Buuuuh! Buuuuuh! Buuuh! da geht das gute Stück. alle da hat war besiegt damals sagte ich mir diesem einen kann ich könig nennen und der bleiche ork was ist aus ihm geworden dieser abschaum ist verlangen an seinen wunden verreckt er ist Wir müssen in Deutschland telefonieren. Gut. Laute grüne Punkte. Super. Die Gemeinschaft baute ihr Lager ab und wanderte weiter. Als sie zur letzten Brücke zum Tal der Trollhöhen aufbrachen, spukten die Geschehnisse der Nacht noch in Bilbos Kopf herum. Kein Problem. Lass den King vor. Gib mir den Mann nicht. Danke. Zerstören! Muss nicht sein. Muss nicht sein. Wollte ich auch nicht. Muss nicht immer alles zerstören. Wo ist der Mann mit der Axt? Ja, aus den Gesichtern kann ich gar nichts lesen. Du. Komm her. Perfekt und jetzt elegant. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. 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 Na gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Aber sonst. Weiß ich nicht was sonst ist. Aber sonst. Können wir wahrscheinlich nichts bauen. Aha. Was willst du von mir? Wenn du zu den Trollhöhen möchtest, muss ich dich enttäuschen. Ich wollte die Brücke reparieren, aber... Schon beim ersten Griff habe ich mir den Rücken verrenkt. Das ist ganz schön peinlich, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn du es sehr eilig hast, kannst du die Brücke vielleicht selber fertig bauen? Ja. Na ist klar, muss ich immer alles selber machen hier. Ähm. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Gott sei Dank. Ich habe das Zeug. Halleluja. Wo ist das Zeug? Oh. Ich habe keine Idee, was das hier sein soll. Oh mein Gott. Joystick. Mach mich nicht fertig. Tolle Baumeister. What? Christ. Du mich verpalbert, mein Freund. Hm? Äh... Chip. What is this? I don't see it exactly. Meine Güte, leg einfach ein Holzbein drüber über das Wasser und fertig für die Geschichte. Da haben wir einen neuen Ermus und eine komplett neue Brücke gebaut. Hm. Bei dir sah das wie ein Kinderspiel aus. Jetzt ist mir alles noch peinlicher. Aber das ist nicht wichtig. Dank dir gibt es wieder einen Weg zu den Trollhöhen. Hm. Hier. Ich wurde im Voraus bezahlt, aber es ist nur fair, wenn du das nimmst. Finde ich auch. Finde ich auch. Dankeschön. Die Gemeinschaft suchte in den Ruinen eines Bauernhofes Schutz für die Nacht. Warum der Hof in großer Eile verlassen worden war, blieb ein Geheimnis. Doch das Haus war offensichtlich nicht von einer kleinen Kreatur zerstört worden. Hier schlagen wir unser Nachtlager auf. Ich glaube, es wäre flieger, weiter zu ziehen. Wir könnten zum verborgenen Tal reiten. Wir gehen nicht in die Nähe von diesem Ort. Wir haben eine Karte, die wir nicht lesen können. Herr Elrond könnte uns helfen. Ich brauche keinen Rat von denen. Alles in Ordnung? Gandalf, wo willst du hin? Das waren genug Zwerge für einen Tag. Kommt er wieder? Was ist los? Trolle. Er hat Myrte und Minzi. Sie werden sie fressen, wir müssen was unternehmen. Als unser verbürgter Meisterdieb könntest du der Sache doch nachgehen. Ich habe keine Angst. Ich bin bereit. Ist das wirklich so eine gute Idee? Mir passiert nichts. Wir sind direkt hinter dir. Oh, gestern Hammel, heute Hammel. Und verdammt mich, wenn es morgen nicht schon wieder Hammel gibt. Hör auf, du Quark. Das wird keiner Hammel. Sie. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich schleiche mich hier an. Töte alle. Trolle. Exakt, Trolle. Hässliche Viecher. Ich nenne sie einfach nur noch hässliche Viecher. Ich hoffe, das macht das, wenn ich alles nicht höre. Merkt schon eben niemand. Kriegt absolut niemand mit. Gibt es denn noch einen Speicherpunkt? Das wäre echt supi. Verdammte Sequenz. Wer ist denn das? Du, ein schönes Nachthemp dann. Epsilonen. Im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.